Ich wusste, dass es schon zwei Kalender gab und dann hat eine Freundin von mir, die Shigo auf Facebook verfolgt, mir gesagt, dass es schon wieder einen Kalender gibt und dass sie mich bewerben soll. Ich habe auf Instagram einen Post von der Mia Bikawai gesehen und sie hat dazu aufgerufen, dass man sich eben bewirbt für eine Wildcard. Dadurch, dass sie mich ausgewählt hat, bin ich direkt ins Fotoshooting gekommen. Und fotografisch gesehen macht es große Freude, diese üppigen Formen zu fotografieren, weil da ist einfach mehr dran. Ich denke, es ist unglaublich. Es gibt nicht nur die Mädchen die Möglichkeit, eine näheren Beziehung mit der Brand zu haben, sondern es gibt die Mädchen, die den Kalender kaufen, eine Möglichkeit, etwas auf der Wand zu setzen, damit sie mit dieser Person auf einem anderen Level als ein Modell. Jetzt wird es noch mal spannend, welches die schönsten Monate 2017 werden, entscheidet die Jury. Sie wählen aus den 18 Fotomotiven die zwölf Gewinnerinnen aus, die in den Shigo Kuchenstars Kalender 2017 kommen.